Was ist die Politik der Europäischen Zentralbank? Durch die völlig verfehlte Politik der Europäischen Zentralbank bekommen die Bürger für ihr Sparguthaben keinerlei Zinsen mehr. Die Inflation, die jetzt gerade wieder ansteigt, raubt uns die Kaufkraft. Deswegen möchten wir als AfD, dass die Landesregierung einen Bürgerschatzbrief auflegt und somit zumindest einen kleinen Notgroschen der Bürger vor der Inflation beschützt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Landtagskollegen, werte Gäste und liebe Bürger des Landes. Seit einigen Jahren gibt es bedingt durch die niedrig- bzw. null- und mittlerweile-Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank keine Zinsen für kleinere Beträge auf Sparkonten. Wir wissen aber, dass gerade in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der relativ zu anderen Bundesländern geringen Durchschnittseinkommen und Durchschnittsvermögen eine große Zahl von Bürgern keine Möglichkeit hat, einen Vermögensaufbau außerhalb der klassischen Sparkonten zu betreiben. Meines Wissens liegen wir beim Durchschnittseinkommen bzw. dem verfügbaren Einkommen pro Kopf immer noch auf Platz 16 von 16. Die Landesregierung ist dagegen immer wieder gefordert, auslaufende Kredite zu verlängern, um sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Insgesamt betragen die Schulden des Landes Mecklenburg-Vorpommern noch über 9 Milliarden Euro und der jährliche Zinsaufwand liegt bei ca. 292 Millionen Euro im Jahr 2016. Die AfD-Fraktion ist daher der Meinung, dass in der Refinanzierung über das Programm der bestehenden Landesschatzanweisungen des Landes hinaus zumindest auch ein kleiner Teil durch die eigenen Bürger vorgenommen werden könnte. Über eine inflationsindexierte Anleihe soll hierbei ein Ausgleich der amtlich festgestellten Inflationsrate geschaffen werden. Aus Gleichbehandlungsgrundsätzen stünde diese Möglichkeit der Geldanlage jedem Bürger in Mecklenburg-Vorpommern offen, aber natürlich werden insbesondere wenig vermögende Bürger angesprochen. In kleinen Einheiten von beispielsweise 50 Euro, vergleichbar mit den früheren Bundesschatzbriefen, hätten finanzschwache Bürger die Möglichkeit, ein Notgroschen der privaten Haushaltsrücklage anzusparen, der sich zwar nicht, wie in früheren Zeiten üblich, durch Zinsen vergrößert, sich aber wenigstens auch nicht durch die Inflation in der Kaufkraft verringert. Beispiel, extra für die Linksfraktion, die ja gerne mit Beispielen arbeitet. Bei einer Inflationsrate von 3% pro Jahr und einem Anlagebetrag von 1.000 Euro erhielte der Bürger einen auf einen Inflationsindex bezogenen Kapitalertrag von 30 Euro für dieses Jahr, sodass die Kaufkraft seines angesparten Guthabens konstant bliebe. Andernfalls wäre es in der Realwirtschaft schon nach einem Jahr 30 Euro weniger wert und nach drei Jahren sind in diesem Beispiel von ursprünglich 1.000 Euro nur noch 912 Euro übrig an Kaufkraft. Das Land könnte sich derzeit ohne Frage günstiger refinanzieren, zum Beispiel bei großen internationalen Fonds. Jedoch gebe ich zu bedenken, dass das Land in seinem Kreditmanagement aufgrund des niedrigen Zinsniveaus derzeit erhebliche Kosten einsparen kann. Es erscheint uns daher nur sozial gerecht zu sein, einen kleinen Teil dieser Ersparnis an die Sparer des eigenen Bundeslandes zurückzugeben. Bei einer Auflage von zum Beispiel 50 Millionen Euro und 2% Inflationsrate entstünden in diesem Modell Kapitalkosten, die etwa 700.000 Euro über den derzeitigen Finanzierungskosten lägen. Dieses Beispiel ist sehr realistisch, denn die aktuellen Inflationsraten liegen bei 0,5% im Jahr 2016, im Januar schon bei 1,9%, im Februar bei 2,2% und im März bei 1,7%. Die 2% sind auch das angestrebte Ziel der Europäischen Zentralbank und sind daher mittelfristig durchaus denkbar. Die Laufzeit dieser Anleihen sollte auch nur die laufende Legislaturperiode betreffen. So ist auch der zeitliche Horizont dieser Anlagen gut abschätzbar. Derzeit wird ein großer Teil der Zinsersparnis durch das gesunkene Zinsniveau im Landeshaushalt Mecklenburg-Vorpommerns für Schuldentilgung verwendet. Ein kleinerer Teil wird für unterschiedliche Investitionsvorhaben eingeplant. Darüber wird beim Landesfinanzbericht ohnehin noch zu debattieren sein. Jedenfalls sollten aber auch diejenigen, die diese günstige Finanzierung der Landesschulden ermöglichen, nicht völlig leer ausgehen. Wenigstens der Notgroschen, die private Haushaltsrücklage sollte den Bürgern nicht genommen werden. Das ist sozialpolitisch geboten, finanzpolitisch vertretbar und stärkt auch die Kultur des Sparens, die aufgrund der fehlenden Zinsen unterzugehen droht. Gerade für junge Bürger unseres Landes, Kinder und Jugendliche ist es wichtig zu lernen, dass Vermögensaufbau durch Konsumverzicht und Sparleistung möglich und erforderlich ist. Erinnern Sie sich noch an den Weltspartag am 31. Oktober? Eine Gesellschaft, die nicht spart, ist in normalen Zeiten auch nicht in der Lage zu investieren, zehrt ihre Substanz auf und fällt im internationalen Wettbewerb insgesamt zurück. Der Staat, in diesem Fall die Landesregierung, hat die Aufgabe, das hohe Gut des Sparens auch in völlig absonderlichen Zeiten der heutigen EZB-Zinspolitik aufrecht zu erhalten. Zur Erinnerung, die Sparquote ist 2015 auf nur noch 5,4 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern gesunken. Früher waren Werte unter 10 Prozent undenkbar. Spielraum für das vorgeschlagene Instrument besteht durchaus. So werden zwischen September 2017 und März 2018 unter anderem drei Tranchen zu jeweils 50 Millionen Euro fällig, mit bisherigen Zinssätzen zwischen 2,5 und 4,5 Prozent pro Jahr. Aufgrund der guten Liquiditätslage ist eine tagesgleiche Anschlussfinanzierung nicht erforderlich, sodass das Land sogar das zeitliche Risiko der Vermarktung übernehmen könnte, ist aber nicht unbedingt nötig. Das ist Verhandlungssache mit den Banken. Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass auch andere Emittenten Anleihen mit Inflationsschutz, inflationsindexiert herausgeben, beziehungsweise sogar schon herausgegeben haben. Etwa 5 Prozent der derzeitigen Euro-Anleihen sind mit Inflationsschutz versehen. Jedoch aufgrund der Ausgestaltung der Laufzeit beziehungsweise der Rückgabebedingungen nicht für Kleinsparer geeignet. Die Kombination des klassischen und früher außergewöhnlich beliebten Bundesschatzbriefes mit einer Inflationsindex als Verzinsungsersatz wäre für die Kleinsparer in Mecklenburg-Vorpommern eine echte Alternative. Da wir aus unseren Gesprächen mit infrage kommenden Emittenten und den Landesbanken wissen, dass der Markt in Mecklenburg-Vorpommern als sehr eng, also klein, aufgrund der geringen Vermögen eingeschätzt wird und auch aufgrund der Anforderungen an die Beratungsdokumentation für Bankkunden laut dem Kreditwesengesetz Bedenken bei der Umsetzbarkeit bestehen, bitten wir den Landtag um Verweisungen in den Finanzausschuss, um dort technische Details und die Kosten präzise zu klären. Vielen Dank.